Leute, jetzt bin ich hier in Rechterfeld und ich habe gesehen, Suche habe ich nur vorgefunden. Service rufen und dann hier Wrong Safe Number. Ja, ich gucke jetzt mal, was hier Sache ist. Ja, ich habe jetzt schon Infos bekommen, wie man es testen kann. Ich lege jetzt mal los. Moin Leute, herzlich willkommen zu meiner Automatentour in diese Woche. Ja, es war ein bisschen ereignisreich sogar diese Woche. Und zwar am Samstag gegen 22.45 Uhr hatte ich meinen letzten Verkauf in Rechterfeld. Und dann war plötzlich das G-Drink-Gerät, das Master-Gerät praktisch. Der Fahrstuhl funktioniert nicht mehr und verkauft nichts mehr. Also der Fahrstuhl, keine Lippuranzugel, tut er sich teilweise noch. Aber wenn ich was kaufen möchte, geht der Fahrstuhl in die Ebene, das passt noch. Aber er greift nicht mehr das Produkt, also geht nicht mehr in den Automaten rein. So, ich zeige euch vielleicht noch ein Video, wie das ungefähr aussieht. Ich mache jetzt 2 Euro rein, mache einen Testkauf und wähle die 38. 38. Mal gucken, was er macht. Und jetzt sehen wir das. Jetzt macht er nichts mehr. Er greift die 38 nicht und geht wieder zurück. So. Er versucht es nochmal, mal gucken, ob er es schafft. Jetzt macht er es wahrscheinlich nicht mehr. Nein. So, und er schafft das nicht. Jetzt kriegt er das Geld zu viel Rückgang, dann steht ausverkauft. Ja. So, und da kommt am Mittwoch jemand, der mir das da, einer aus Oldenburg, wo habe ich da gefunden im Internet, der auch solche Stackautomaten wohl macht oder, weiß nicht, er sagt zwar herrlich unbedingt, wenn du, aber das schafft er wohl, kann er wohl auch mal gucken. Und ich hoffe, dass wir den Fehler finden, dass er dann die Teile kaufen kann und dann entsprechend einbauen kann, beziehungsweise, dass es dann alles klappt. Ich hoffe, dass es nicht allzu teuer wird. Ein bisschen muss ich wahrscheinlich investieren, denke ich, aber ich hoffe, dass ich den schnellstmöglich wieder am Laufen kriege, damit ich wieder Umsatz machen kann, denn aktuell 0 Euro Umsatzrechter fällt. Das ist einer meiner besten Automaten, die ich habe. Sehr blöd. So. Dann ist natürlich, ab nächste Woche ist dann die Schulferien wieder vorbei, dann geht die BBS wieder los. Da fahre ich gleich nochmal eben hin und fülle nochmal ein bisschen was auf und gucke nach dem Rechten. Der Kaffeeautomat soll auch repariert worden sein. Ich bin gespannt, ob das jetzt der Fall ist oder ob es nächste Woche kommt. Da war wohl irgendwie eine Platine kaputt oder sowas. Da waren sie erst da, haben geguckt und dann wollten sie wiederkommen, weil sie das Teil nicht dabei hatten. Ich hoffe, dass es jetzt gemacht wurde. Ansonsten denke ich mir, ab nächste Woche. Ja. Und dann will ich jetzt noch eben noch Kommissionierung, den Westring kommissionieren und noch Fisbeck. Das ist heute der Plan, dass ich Festring und Fisbeck mache. Und eventuell nochmal nach Rechterfeld hin und das Geld da rausholen, was noch vom Wochenende übergeblieben ist. Wie gesagt, bis Samstag 22.45 Uhr hat er ja noch verkauft. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe auch, dass es dann eben schnellstmöglich wieder läuft, dass am Mittwoch der Fehler gefunden wird. Ich dann die Teile bestellen kann, die vielleicht kaputt sind und entsprechend dann schnellstmöglich wieder verkaufen kann. Denn es ist natürlich barer Umsatz und für mich ist es wichtig, weil ich habe ja am Ende auch die Kosten. Wie gesagt, ich habe hohe Abzahlungen zu zahlen an die Bank und so weiter. Und dafür müssen eigentlich alle Automaten auch einwandfrei funktionieren. Okay, also ich kommissioniere jetzt Fisbeck und Westring und dann geht es auch schon los. So Leute, ich bin gewappt mit, falls es ein bisschen dunkler werden sollte. Und ich habe jetzt auch kommissioniert. Das ist BBS. Darunter ist Westring 1 und Westring 2. Ob ich den Fisbeck-Kohalt schaffe, weiß ich nicht. Ich muss es auch in der Zeit schaffen. Wir haben es jetzt halb sechs durch. Ich denke mal, es muss auch nicht stockdunkel sein. Insofern kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich das morgen mache dann halt. Dann muss ich auch nochmal kurz am Metro hin. Wollte ich ursprünglich nicht. Aber jetzt durch die ganzen Kommissionierung habe ich schon wieder weniger Ware. Und BBS geht dann jetzt die Woche wieder los. Also kann gut sein, dass ich nochmal hin muss. Okay, also ich fasse BBS hin und dann gucken wir danach mal rechnen, dass alles gut ist. Hoffentlich, dass es zum Start alles läuft. Und dann zum Westring. Also hier in der BBS muss ich sagen, passt alles soweit. Ich bin ganz froh. Ich bin zum Snack-Automaten. Das läuft soweit alles. Ich fülle jetzt nochmal das auf, was ich auffüllen muss. Weil eben nicht alles da war, wo die Ferienende war. Da konnte ich nicht alles auffüllen. Ja, der Kaffee-Automat läuft allerdings noch nicht. Der ist aktuell aus. Ich hoffe, das ändert sich dann auch bald. Das soll wieder repariert werden. Da hat er dann ein Problem. Ja, okay. Also ich fülle jetzt einmal auf. Moin Leute, ich bin jetzt hier am Westring. Habe jetzt schon fast beide Automaten aufgefüllt. Ist einiges weggegangen wieder, ja. Ich fülle jetzt hier weiter auf. Dann gehst du nach Fisbeck hin. Und dann rechter Fertscher wahrscheinlich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich noch Fisbeck schaffe. Noch ist es einigermaßen hell. Mal sehen, wie es gleich aussieht in 10 Minuten, wenn ich nicht fertig bin. Ja, das ist jetzt mein Stand der Ding. So, heute ist Samstag. Wir haben es noch sehr früh. Mein Wecker klingelt um Viertel nach 5. Wir werden es jetzt so um kurz vor 6 haben. Ich packe jetzt oder werde jetzt große Kneten kommissionieren. Dann wollte ich nach Metro hin. Um 7 Uhr machen die auf, dass ich pünktlich da bin. Dann nach großen Kneten. Ja, und dann nur noch nach rechter Feld hin. Das zeige ich euch dann auch nochmal, wie der Stand der Dinge aktuell da ist. Weil der Automat nicht funktioniert aktuell. Da hole ich nochmal das Geld raus. Dann geht es nochmal zu Banken. Und das war es dann auch heute schon. Ja, also ich würde sagen, wir kommissionieren jetzt großen Kneten. So, großen Kneten. Hier sehen wir, 8 Stück sind noch drin von Red Bull. Da auch 8 Stück, auch 8 Stück, das reicht alles. Red Bull Summer, gehen wir mal drauf. Ist komplett leer. Das sind die blauen. Null drinne, die muss man auf jeden Fall auffüllen gleich. Red Bull Springsteater ist auch komplett leer. Ja, müssen wir auch auffüllen. Also, bloß noch mal wird die grüne sein. Genau, die grüne Edition. Nur auf 5 Stück drin. Auch da müssen wir was auffüllen. Ja, und ansonsten, Action müssen wir ein bisschen auffüllen. Monster ist was leer. Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt mal an. Und dann, ja, kommen wir. Ja, also 2 von denen. 4, 6, 8. Mal die beiden Monster tun wir noch mit rein. Und gleich noch die Booster. Auch die Powerade geht sehr gut. Habe ich jetzt aktuell nur noch 2 Stück da. Also auch da können wir tatsächlich noch welche wieder besorgen. Das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Das ist nämlich gar keine mehr drin gewesen. Also auch da, denke ich mir mal, da besorgen wir uns gleich noch welche bei Metro. Auch die Kracher sind komplett weggegangen. Auch die müssen wir jetzt wieder auffüllen. Und die Apfelringe waren auch komplett ausverkauft. Auch von den Nerds sind 2 weggegangen. Und die beiden kommen jetzt hier wieder rein. So, das ist jetzt große Kneten. Habe ich jetzt komplett kommissioniert. Die Sachen, die ihr jetzt nicht da habt oder nicht ausreichend habt, die kaufe ich dann gleich nochmal nach. Also ein bisschen was wird das dann schon sein, was wir noch nachkaufen müssen. Der hat immer so 250 Euro, 300, weiß ich nicht. Irgendwie so sind es ja auch mal dann. Ja, also ich packe es jetzt ins Auto rein. Und dann nach Metro hin. So Leute, jetzt haben wir es kurz nach 7. Nur 7.13 Uhr, 7.15 Uhr. Und ja, jetzt gehe ich nach Metro rein. Und dann kaufe ich ein bisschen was ein. Ja, und dann würde ich sagen, ab geht die Post. So Leute, ich bin jetzt hier fertig. Sehr gut, was ich kurz reingekauft habe. Das Ganze hier. Könnt ihr mal schätzen, ich wollte einen die weniger kaufen. Aber es ist doch wieder ganz schön viel geworden, das Ganze. Vor allem natürlich diese Schoko-Bang-Crispy. Und die extrem teuer. Die haben ganz schön rein. Was habe ich hier insgesamt heute ausgegeben? 328,40 Euro. Das ist jetzt also der Punkt. Das mache ich hier ins Auto rein. Und dann geht es Richtung großen Kneten. Ich finde es hier in großen Kneten ist. Es regnet leider. Muss sich ein bisschen beeilen jetzt. Ja, ich fülle das mal eben auf. Und dann sehen wir uns gleich. So, jetzt holen wir hier mal das Geld raus. Gucken wir mal, was drin ist. Gucken wir mal, ob es da ist. Passt. Und hier auch ein paar Teine sind hier auch drin. Leute, es regnet hier wirklich, deswegen will ich nicht zu lange machen. Nicht alles ist alles nass wird hier. Also ich habe jetzt ein paar neue Produkte. Einmal diese White habe ich hier bei. Die Red Bull White habe ich jetzt mal mit neu drin. Genau, ne? Ansonsten die Sea Blue war gut weggegangen. Habe ich wieder die Koffein neu aufgefüllt. Ein bisschen was von den grünen Sommererdecken ist weggegangen. Und wieder aufgefüllt. Genau, jetzt habe ich hier wieder diese Monster drin. Nein, diese Monster Nitro. Diese Rockstars. Ja, das ist ja das, was ich jetzt habe. Wie gesagt, hier ist wieder alles neu aufgefüllt. Powerade war auch komplett leer, auch komplett aufgefüllt. Ja, ansonsten habe ich gerade geguckt. Bestes Geld ist noch vorhanden jetzt. Das reicht noch für diese Woche, denke ich. 38 Münzen von 5 Cent, das reicht noch. Also, umgegeht alles. Geld habe ich gerade auch rausgeholt. Ja, ich würde sagen, dann sind wir jetzt hier am Schädenscheinort fertig. So, Leute, ich bin jetzt hier ein rechter Feld. Ich zeige euch das. Das ist der Automat. Und, ja. Er kalibriert jetzt zwar noch, aber wenn ich das kaufen möchte, ging das alles nicht. Ja, ich hole jetzt noch das Geld raus. Bisschen was. Das war ungefähr am Samstag und 22.45 Uhr ist der ausgegangen. Also ausgegangen nicht, sondern hat nichts mehr verkauft, war der letzte Verkauf. Danach ging nichts mehr. Also der Lift, der geht halt nicht mehr. Und, ja, ich hole jetzt noch das Geld raus, was noch jetzt da war. Und dann würde ich sagen, war es das für die Woche. Am Dienstag kommt jemand her, den habe ich gefunden. Der kommt hier aus der Gegend. Und der wird sich das mal angucken wollen. Ich zeige es mal eben nochmal. Also das ist das Programm. Service rufen, wrong, safe number. Ich habe hier so ein Schild dran gemacht. Der ist halt außer Betrieb. Genau. Also wie gesagt, sonst geht alles. Aber eben der Lift geht nicht. Und wenn der Lift nicht funktioniert, kannst du das komplette sein lassen. Du willst dabei, ist ja Master-Safe-Kombination. Der hier hat ja keine eigene... Du hast ja nur hier die Tastatur. Und das ist natürlich hier nicht dran. Das heißt, von dieser Tastatur werden beide Automaten bedient. Und das Problem ist dabei, ich kann jetzt nicht sagen, der soll ausgemacht werden. Oder den darf man nicht mehr bedienen. Und nur noch der wird bedient. Das heißt, du kannst nur noch diese Nummer eingeben hier. Dann würde das ja theoretisch noch alles funktionieren. Das geht leider hier nicht. Wenn der nicht funktioniert, kann ich den leider auch nicht bedienen. Und das ist echt ein großes Manko, muss ich sagen, bei diesen Master-Safe-Geräten. Das ist wirklich... Das darf eigentlich nicht sein, ganz ehrlich. Also der könnte ja locker verkaufen, der andere. Der ist ein ganzer Automat. Und jetzt geht das nicht, weil das Master-Gerät nicht funktioniert. Normal müsste man das ausschalten können, dass man sagen kann, pass auf, Master-Gerät bleibt aus. Nur die Nummer kunden gewählt werden, die halt im Slave-Gerät sind. Das wäre eigentlich... Also ich denke, das geht nicht. Bei mir ging es jedenfalls nicht. Habe ich es nicht hingekriegt. Das ist echt sehr, sehr negativ. Somit ist der Standort komplett bei Null diese Woche gewesen. Und macht wahrscheinlich erst frühestens über nächste Woche oder so wieder um. Das je nachdem, was am Dienstag bei rumkommt, ob derjenige den Fehler findet. Und wenn ja, welche Ersatzteile bestellt werden müssen. Und wenn was bestellt werden muss, wann es dann kommt. Und wann ich es dann einbauen kann. Das ist das Entscheidende. Und es kann sein, dass es wirklich, dass diesen Monat nicht mehr viel läuft. Naja, 600 Euro waren es jetzt hier an diesem Standort noch in diesem Monat. Bis zum 15, glaube ich. Also man kann rechnen, wenn man das mal 2 nimmt, wären es schon noch über 1.200 Euro gewesen. Leider, jetzt geht nichts mehr. Ich hoffe, dass ich das bis Anfang November geschafft habe. Ansonsten wird es echt eng für mich. Weil es muss wieder laufen. Weil ich eben auch laufende Kosten habe. Und eben gesagt, die Abträge an die Bank. Und das ist einer der besten Automaten, Standorten, die ich hier habe. Von allen Automaten. Trotzdem geht nächste Woche die BBS wieder los. Bin ich ganz froh drum. Also, ich hole jetzt das Geld hier raus. Und dann würde ich sagen, mehr geht hier leider aktuell nicht. Moin Leute. Hier ein rechter Feld. Ich habe jetzt hier eine Lösung gefunden. Erst einmal. Denn ich habe mir jetzt aufgefallen, wenn ich es kalibriert habe und keinen Kauf mache, dann ist zumindest, kann man die Testatur, kann man ja drücken. Ist ja kein Problem. Also kann man dann nur bei dem etwas kaufen. Wenn du also hier etwas kaufst, also 931, irgendwas die 9 davor wählst, dann kannst du das hier machen. Und dann kommt natürlich hier das Produkt raus. Das klopft funktioniert alles. Nur der Automat ist aktuell defekt. Also bitte nur den rechten Automaten benutzen. Dann kann man hier ganz normal die rechte Nummer eingeben. 933, 924, egal was auch immer. Und dann kann man hier bezahlen. Und dann wird das hier automatisch, dann kann man hier kaufen. Ne, nur der G-Drink aktuell nicht im Betrieb. Und dann kann man zumindest hier noch mit dem was kaufen. Okay, das war es jetzt. Das habe ich jetzt mal so gemacht. Am Dienstag kommt dann auch eine Abhilfe. Ich hoffe, das passt so weit dann. Ja, das ist jetzt der Stand der Dinge. Okay. So Leute, jetzt bin ich hier bei der Bank. Bring das Geld weg. Das ist diesmal nicht allzu viel. Das sind die Scheine und ein bisschen noch Münzen. Ist aber nicht so viel wie in den letzten Wochen. Kann auch nicht, weil die BBS ja nicht da war. Das war ja Urlaub. Das kommt erst nächste Woche wieder. Ja. Und nun ist auch der rechte Felder ja ausgefallen gewesen. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Dass ich den praktisch dann, den anderen Automaten doch noch irgendwie am Gange kriege. Und das praktisch dann der G-Drink, das Mastergerät, darf man halt dann nicht benutzen. Wenn man das benutzen würde, dann würde es wieder auf Fehlermeldung gehen. Aktuell habe ich es hier gekriegt, dass es nicht auf Fehlermeldung geht. Wenn man aber den anderen Automaten benutzt, dann sollte es eigentlich funktionieren. Ich hoffe, das klappt so weit. Ich habe das so weit vorbereitet in rechter Feld. Ich hoffe, das hält sich auch jeder dran. Es verdrückt sich keiner oder so. Dann wäre natürlich wieder blöd. Aber am Dienstag soll das ja auch entsprechend behoben werden oder zumindest die Ursache erforscht werden. So. Ich bringe das Geld auf die Bank und dann melden mich gleich nochmal. Umsatz ist es jetzt auf die Bank. Und das waren in Scheinen im Moment 310 Euro und in Münzen nochmal 213. Also knapp 500 Euro jetzt aufs Konto gebracht. Wie gesagt, weniger als natürlich die letzten Wochen, weil ja auch die Automaten nicht richtig gelaufen sind, wo es ein rechter Feld. Und BBS ist ja Ferien. So. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da. Und like das Video. Kommentiert, wenn man es eine Kommentare gibt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.